Geiles Klima! Hallo! Mein Name ist Kevan Silvisia, war schon mal eine Zielgruppe, ist die Menschheitsfamilie. Hallo! Man sagt mir nach, ich würde oft zu schnell sprechen. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Da kann später auch niemand sagen, was der wieder gesagt hat. Weil ich stelle es nachher über mein Portal Sophisticated als Text ins Netz und da kann man es nachlesen. Die Bundesrepublik Deutschland ist in einem erbärmlichen Zustand. Es herrscht ein Klima des Misstrauens, ein Klima der Angst. Mit seiner persönlichen Meinung nicht dem diktierten Zeitgeist zu entsprechen. Und damit ins Fadenkreuz selbst dann an der Schergen eines selbsternannten Wahrheitsministeriums zu geraten. Dieser menschengemachte politische Klimawandel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer in Thinktanks ersonnenen Agenda, die mittels Massenmedien seit Jahren konsequent umgesetzt wird. Und diese Agenda lautet, es gibt zu jedem Mainstream-Thema ab sofort nur noch eine Meinung. Und die wird von privaten Konzernen und extrem reichen Einzelpersonen in abgeschlossenen Zirkeln beschlossen, von der Politik verkündet und von den Massenmedien deutsch gepeitscht. Was ist daran demokratisch? Nichts. Mit dem Aufkommen ernsthafter politischer Konkurrenten wie China und Russland hat der Westen bzw. die USA sich von der UN-Karte verabschiedet und im Anschluss die sogenannte wertebasierte Weltordnung verkündet. Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet, es wird, wann immer es einer elitären Gruppe passt, mit dem Ausnahmezustand regiert. Mitbestimmung ist out und Demokratie nicht mehr zeitgemäß. Der Bürger heißt nun noch Bürger, weil er für die Folgen der Machtergreifung durch den Geldadel birgt. Im Alltag hat es Folgen und zwar für jeden. Wer als Deutscher die ihm stets verkaufte Demokratie, das Grundgesetz, allzu ernst nimmt, dem wird so effektiv wie möglich das Maul gestopft. Und wir alle schauen zu, paralysiert und ohnmächtig. Sie, die Zuschauer selbst, sind das eigentliche Ziel dieser Jagd auf den Einzelnen, der sich nicht beugen will. Sie, die passive Masse, sollen sehen, was passiert, wenn der Einzelne nicht spurt. Bestrafe einen, erziehe Tausende. An dieser Stelle, wie kann es sein, dass im Wert im Westen ein Junior Assange immer noch hinter Gittern sitzt? Demokratie, sprich die Herrschaft durch das Volk und damit das Recht auf Widerspruch und Zweifel am Kurs der Regierung, ist vom Staat inzwischen so ernst gemeint wie der angegebene Verbrauch bei SOVs. Die Gebrüder Grimm und ihre Märchen scheint man sich hier im Regierungsviertel als Vorbild genommen zu haben. Kleiner Unterschied, wer seinerzeit ein Märchen der Gebrüder Grimm nicht hören wollte, oder wer es nach dem Hören einfach als das bezeichnete, was es war, nämlich ein Märchen, bekam deshalb keinen Stress mit den Grimms. Die Grimms schickten auch keine privaten Schläger-Trucks in den Antifa-Look oder freidrehende Behördenmitarbeiter oder NGOs in die Spur, um dem aufmöglichen Märchenkonsument auf Linie zu bringen. Es gab damals keine Linie. Wer das Märchen hören wollte, konnte dies tun. Er konnte es aber auch lassen. In jedem Fall aber konnte er das Märchen der Öffentlichkeit als das bezeichnen, was es war. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Und er konnte darüber hinaus, gut oder schlecht, es finden, und zwar öffentlich. Das hatte keine Konsequenzen. Die Gebrüder Grimm verfolgten nie das Ziel, ihre Märchen durch den Staat zur offiziellen Wahrheit erklären zu lassen. Und sie kam auch nie auf die Idee, Menschen, die ihre Märchen als absurd, unlogisch oder frei erfunden bezeichneten, zu jagen oder an den Pranger zu stellen oder stellen zu lassen, um ihre Existenz zu zerstören. Spreche ich zu schnell? Das ist heute im besten Deutschland aller Zeiten vollkommen anders. Nur, dass man diese Form der politischen Verfolgung perfider verpackt. Der Staat spricht von Fake News oder Verschwörungen, wenn der Bürger dem Staat und seiner staatstreuen Presse nachweisen kann, wie diese die Wahrheit offensichtlich und damit mit Vorsatz verbiegt oder durch Weglassen von Realitäten vollkommen verzerrt. Ohne die neuen konzernfreien Journalisten und Presseportale wäre dieses Land schon längst zu einer vollkommenen Diktatur vorkommen. Und es ist nur durch die Unterstützung der Bürger zu verdanken, dass die freien Medien sich überhaupt finanziell noch über Wasser halten können. Ich sage Danke dafür. Sie haben aus der Geschichte gelernt. Bleiben Sie bei Ihrem Engagement. Unterstützen Sie auch weiter freiwillig das Immunsystem der Demokratie. Die freie Presse. Unsere Presse. Ihre Presse. ARD und ZDF und die gedruckte Propaganda von Spiegel, FAZ, Taz, Springer, Süddeutsche oder Bertelsmann und Co. muss man inzwischen als Todeskommando für die Meinungsfreiheit bezeichnen. Sie, meine ehemaligen Kollegen, machen nicht nur Ihre Arbeit nicht, Sie verraten auch unseren Berufsstand und haben sich während der Corona-Zeit an der Jagd an Andersdenkenden mit maximalem Eifer beteiligt. Sie haben Ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Und glauben Sie mir, die bekommen Sie nie wieder. Sie sind so resozialisierbar wie einst Mielke 89. Kommen wir zu unserer sogenannten Regierung. Eine Truppe, die es geschafft hat, nur mit einem Kleinhirn ausgestattet, Ministerposten zu erobern. Unsere Regierung erzählt auf immer mehr Gebieten seinen Bürgern ein Märchen nach dem anderen und verlangt dann aber nicht nur, dass diese Bürger diesen offiziellen Blödsinn glauben, sondern offiziell und laut auf öffentlichen Platzen nachbeten. Wer das nicht tut und es wagt sich auch weiter eine eigene Meinung zu bilden, bekommt so lange keine Probleme, solange er diese Meinung in seinem Mumil-Pelefon auf dem Klo spricht. Sobald er diese Aufnahme dann aber ins Netz stellt und dabei Reichweiten erzielt, also Einfluss gewinnt, gewinnt er ins Fadenkreuz dieser bildungsfernen Politiker. Er wird als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, ihm wird vorgeworfen entweder für eine ausländische Macht zu arbeiten oder aber er hätte das Ziel, die öffentliche Ordnung und den sozialen Frieden zu stören. Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, Sie arbeiten für eine ausländische Macht. Sie zerstören den sozialen Frieden in diesem Land. Sie hündeln vor den USA, als wäre es das Ende des Zweiten Weltkriegs erst vier Jahre her. Sie machen das alles. Dass wir seit fast 30 Jahren offiziell wieder ein nicht besetztes Land sind, scheint Ihnen entweder in Gang zu sein oder Sie sind nicht glücklich damit. Denn Sie hassen Deutschland, weil Sie unfähig sind, echte Verantwortung zu übernehmen. Sie leiden unter Demokratieintoleranz und Sie sind autoritätssüchtig. Es macht Ihnen nichts aus, dass Deutschland von den USA immer noch wie ein 53er Bundesstaat behandelt wird. Sie, werte Regierung, haben keine echte Wertschätzung für unser Nachkriegsdeutschland. Sie haben kein Respekt für die Aufbauleistung der Nachkriegsdeutschen. Sie können mit Patriotismus nichts anfangen, denn Sie sind mit Ihrer linksgrünen konservativen Ideologie, die im Kern null mit Grün und Links zu tun hat, nur Vertreter einer entwurzelten Generation, die Heimatland, Muttersprache, Familie für ein Zeichen brauner Vergangenheit hält und alles dafür tut, um eine Gesellschaft zu etablieren, die vorgibt, keinerlei Grenzen mehr zu kennen. Sie sind aber reine Theoretiker. Und in der Praxis sind Sie von Ihrer persönlichen politischen Karriere vor allem gescheitert. Sie versprechen vollkommene Freiheit. Aber wehe der Bürger möchte diese Ihre Freiheit nicht haben. Dann ist ab sofort Schluss mit Regenbogentoleranz. Und Rot-Grün zeigt gemeinsam im Farbkopf seine wahre Farbe, nämlich Braun. Kapitalistisches Braun. Der Herbst der Demokratie, den Sie eingeläutet haben, endet in einer Diktatur permanenten Winters. Die neue Einheitsjahreszeit, die hat schon begonnen, seit in der BRD normales Heizen in die Privatinsolvenz führt. Wer heute von seinem Grundrecht Artikel 5 Gebrauch macht und seine ganz private Meinung reichweitenstark äußert, dem wird die Delegitimierung des Staates vorgeworfen. Immer mehr abweichende Meinung wird in Deutschland ein Fall für die Justiz. Erstens, das betrifft immer mehr Themen, zu denen inzwischen immer noch nur noch eine Meinung existiert, und zwar die Meinung der Regierung. Ein paar Beispiele zu den offiziellen Wahrheiten, die so wiedergegeben werden müssen, wenn man keine Post bekommen. Erstens, die NATO-Osterweiterung hat nichts mit den Problemen zu tun, die Europa inzwischen mit Russland hat. Man kann hier auch lachen, wenn man möchte. Gentechnik, vor allem in der Medizin, ist gut und bringt ein vollkommen zu vernachlässendes Risiko. Wer Rüstung in Kriegsgebiete liefert, fördert den Frieden. Die Sozialsysteme der BRD sind nicht überlastet. Staatliche Grenzen sind obsolet. Es gibt für nichts und niemanden Obergrenzen, außer für CO2. Im Westen kann jeder Bürger frei und unbehelligt seine Meinung äußern. Zensiert wird nur in Russland, China und den offiziellen Schopenstaaten. So sehen Teile der offiziellen Wahrheit aus. Und wer das nicht nachbetet, muss sich nicht wundern, wenn der Staat ihm die Kanäle oder Content kündigt oder perfider kündigen lässt. Das hat natürlich nichts mit Zensur zu tun, sondern mit sogenannten journalistischen Leitplanken. Wer nicht vollkommen verblödet ist, weiß, dass diese sogenannten journalistischen Leitplanken nichts anderes sind, als das offizielle Sagbare einzugrenzen oder doch besser im Keim zu ersticken. Der Debattenraum, der Meinungstorridor soll eingeschränkt werden. Wer so etwas zur Anwendung bringt, hat es nötig. Er will etwas verheimlichen und darüber hinaus lügen können, ohne dass ihm widersprochen werden kann. Er will als Wahrheitsministerium die Kontrolle über die öffentlichen Meinung übernehmen. Was ich hier beschreibe ist keine Zukunftsmusik oder eher ein seltenes Phänomen. Es ist in der BRD 2023 längst Alltag und wird umgesetzt. Der Staat gibt die Leitplanken vor und lässt seine Behörden oder extra dafür gegründete NGOs die Drecksarbeit machen. Der Meinungsmarkt soll bereinigt werden. Der Staat möchte die Gedanken seiner Bürger unter Kontrolle bringen, indem er abweichendes Denken und damit eine abweichende Meinung politisch und juristisch verfolgt. Eine Behörde wie die MABB in Berlin hat jetzt zum Beispiel Artikel 5 des Grundgesetzes das Recht auf freie Meinungsäußerung so modifiziert, dass die Behörde erklärt hat, die Meinungsfreiheit endet, wenn die geäußerte Meinung auf einem professionellen Portal veröffentlicht wird. Und wenn innerhalb einer geäußerten Meinung Fakten behauptet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Was dann die Wahrheit ist, bestimmt selbstverständlich und ausschließlich die MABB. Wenn die MABB beschlossen hat, dass die neuen Corona-Impfstoffe keinerlei gravierende Nebenwirkungen haben, dann ist das die offizielle Wahrheit. Das offizielle Narrativ. Ein Narrativ für Narren. Und wer hier als Bürger mit oder ohne Presseausweis widerspricht und seinen Widerspruch über ein professionelles Portal verbreitet, bekommt Probleme mit der Justiz. Übermorgen wird er zu einer Geldstrafe verknackt, wenn er seine Meinung statt über ein professionelles Presseportal einfach über seinen privaten YouTube-Account oder Facebook verbreitet und damit mehr als 500 Personen erreicht. Wird kommen. In Deutschland drehen die staatlichen und privaten Zensurbehörden inzwischen frei und versuchen, der Stasi Konkurrenz zu machen, nur mit deutlich effektiveren Methoden der totalen digitalen Überwachung. Meinung darf in der BRD 2023 nicht mehr faktenfrei sein, so die neue Willkürbestimmung staatlicher Zensur. Damit ist die Meinungsfreiheit tot. Denn wer der aktuellen Wahrheit widerspricht, muss es sich finanziell leisten können. Natürlich ist auch eine freie Forschung und damit Fortschritt nicht mehr möglich. Denn wer übermorgen zu neuen Erkenntnissen kommen möchte, muss die Möglichkeit haben, die bis dato geltende Wahrheit obsolet zu machen, ohne dafür bestraft zu werden. Wer nur noch bestätigen darf, was als Wahrheit gilt, der produziert Stillstand und sorgt dafür, dass das eigene Land abrutscht auf allen Gebieten. Und exakt das erleben wir seit geraumer Zeit in der BRD. Dass soziale, geistige und wirtschaftliche Abbrutschen einer ganzen Nation ermöglicht durch Denkverbote und das Verteilen von Maulkörben, die im großen Stil von unseren Massenmedien an Kritiker des Kollisionskurses der Regierung verteilt werden. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Wir leben bereits im Meinungsfaschismus. Der Meinungsfaschismus ist der wesentliche Baustein des faschistischen Staates selbst und die Massenmedien sind dabei damals wie heute Steigbügelhalter. Sie vertreten nicht den Souverän, sondern die Anzeigen der Abteilung, Konzerne und Interessen, deren Interessen. Bürger, die aus Angst vor Repressionen lieber die Fresse halten, als laut Einspruch zu brüllen, wenn der Staat immer mehr grundrechtlich kassiert und den frei denkenden Bürger zum Feind erklärt, enden wie unsere Großeltern. Und die wurden vor allem durch die Propaganda gefügig gemacht. Wir stehen kurz davor, wieder als Kollektiv in einen ideologischen Gleichschritt zu verfallen, aus Angst mit einer abweichenden Meinung am Pranger zu landen. Welche Meinung zu welchem Thema die richtige ist und gegen den Bürger durchgedrückt wird, wird aber nicht vom Staat oder von Volksvertretern entschieden, sondern von global agierenden Konzernen und obszönreichen Einzelpersonen mit ihren Multimilliarden über Jahre ein enges Netz der Korruption gesponnen haben. Das ist Korruption! Mit diesen gekauften Kontakten, zum Beispiel in die WHO, können eine Handvoll Personen in Schlüsselpositionen die gesamten Planeten nach ihrer Pfeife tanzen lassen und mittels des gekauften Einflusses den Massenmedien die Politik und ihre Gesetze zu den eigenen Gunsten manipulieren. Wie geht's dann weiter? Pandemie als Basis für immer neue Einschränkungen, die zu Dauereinrichtungen werden, bis wir alle immer hübsch zwischen Homeoffice und Niedriglohnsektor pendeln? Wir leben in einer Demokratie-Endzeit. Was man auch daran erkennen kann, dass der Meinungskorridur längst zu einer hohlen Gasse verkommen ist. Hier kommt nicht mal mehr ein Wilhelm Tell durch. Zu jedem Mainstream-Thema ist nur noch eine offizielle Meinung erlaubt. Wer dieser widerspricht oder auch nur wagt nachzufragen, wird unmittelbar in eine rechte Ecke gesteckt und es gilt sich von ihm zu distanzieren. Hast du nicht heute schon distanziert? Kontaktschuld als Tool der Isolation. Um es unmissverständlich auf den Punkt zu bringen, die Massenmedien sind die Erfüllungsgehilfen dieser neuen, sogenannten regelbasierten Weltordnung, die nichts anderes ist als die Herrschaft durch den Geldadel. Geld regiert die Welt, das wusste aber schon meine Großmutter und daran hat sich nichts geändert. Und mit dem Beerdigen des Bargeldes, was vor uns liegt, befinden wir uns alle hinter Gittern eines digitalen Überwachungsstaates. Kafka lässt grüßen. Was kann der Einzelne eigentlich tun? Was kann er tun? Werde ich immer wieder gefragt. Lösungen. Erlösungen. Der Einzelne kann und sollte die Medien, die er täglich konsumiert, einer genauen Prüfung unterziehen. Weil in den meisten Fällen wird er feststellen, dass er zu 100% Propaganda serviert bekommt. Staatliche Medien sind nie neutral. Sondern berichten immer so, dass sie die übergeordnete politische Agenda transportieren. Und die ist nie national bestimmt, sondern wird im Westen von Washington vorgegeben. Private Massenmedien, wie die großen Zeitungshäuser, sind in der Regel ebenfalls meist Ausspielorgane für Interessen, die nicht Deutsche sein müssen und in der Regel auch nicht sind. Deutschland ist seit 1945 eine US-Kolonie und wird, wenn es zu mächtig geworden ist, wieder an der kurzen Leine geführt. Und das erklärt auch, warum die Nord Stream Sprengung, die vor allem die BRD finanziell ruiniert, während sie US-Energieriesen noch weiter macht, von unseren deutschen Qualitätsmedien nicht sauber recherchiert werden darf. Wer nämlich die falschen Fragen stellt und damit der Regierung die SED2-Maske herunterreißt, bekommt bei Wiederholung Besuch von Spezialeinheiten der Polizei. Ob als Arzt, Journalist oder Bürger. Die meisten der etablierten deutschen Massenmedien sind bezahlte Landesverräter. Sie verteidigen die Interessen einer US-Elite und sind bereit dafür, Deutschland zu einem dritten Weltplan zu machen. Erstaunlich ist, dass deutsche Unternehmer, Familienbetriebe, diesem Verrat bisher recht untätig zugesehen haben. Liebe Unternehmer, sind Sie sicher, dass Sie noch Unternehmer sind, weil Sie verhalten sich wie Unterlasser. Persönlichkeiten wie Wolfgang Grupp, der Chef von Trigema, sind in diesem besten Deutschland aller Zeiten so selten wie ein fehlerfreier Satz von Annalena Baerbock. Grupp lebt als Unternehmer, Familiensinn, soziale Verantwortung für seine Belegschaft und lebt für seine Heimat. Wenn Grupp statt Habeck das Wirtschaftsministerium führen würde, wäre dieses Land deutlich besser dran. Ich komme fast zum Schluss. Der Weg aus der Zwangsumarmung durch den Geldadel in Übersee, der dem BRD-Bürger über deutsche Propagandamedien täglich das Gehirn wäscht, ist möglich. Meiden Sie all diese Blätter, Magazine, Sender und Sendungen. Das, um was es denen nicht geht, ist Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Beenden Sie all diese Abos und schalten Sie diese Propaganda nicht mehr ein. Holen Sie sich lieber einen Ausweis für Ihre Stadtbibliothek und lesen Sie Bücher. Sie können sich auf der Suche nach Informationen aber auch bei den alternativen Medien umsehen. Aber wenn Sie das tun, dann sehen Sie möglichst viele Anbieter. Glauben Sie nichts. Hinterfragen Sie alles. Werden Sie kein Andersdenkender. Werden Sie ein Selbstdenkender. Die Wahrheit, die Wahrheit in einer Demokratie, die gibt es nicht. Es gibt nur Ausschnitte. Wenn Millionen Bürger anfangen, über XXL Medien sich ihre Meinung selber zu bilden, kommen wir im Kollektiv der Wahrheit am nächsten. Über Millionen Einzelmeinung. So funktioniert Demokratie. Jede Stimme, jede Meinung zählt. Sie ist Teil eines Ganzen. Das ist Demokratie. Unterstützen Sie die Medien, die Sie konsumieren, mit einem Dauerauftrag und meiden Sie die Propagandasender und Gazetten, indem Sie sie konsequent ignorieren. Lassen Sie sie links liegen. Lassen wir sie im Kollektiv, diese Landesverräter, pleite gehen. Oder sorgen wir durch ignorieren dafür, dass die Einschlagquoten ins Bodenlose fallen. Holen wir uns nicht unsere Demokratie zurück, sondern errichten wir endlich eine Demokratie. Und zwar durch Widerspruch, Eigeninitiative und die Einführung direkter Demokratie. Betteln wir nicht darum, tun wir es. Medien, die nichts Besseres zu tun haben, als die Gesellschaft zu spalten und die Diskussion der Blöcke untereinander zu boykottieren, sind demokratiegefährdend und gehörend entmachtet. Und unsere Macht besteht darin, diese Täter ab sofort komplett zu ignorieren. Mögen Sie Ihren publiziertesten Scheiß, Ihre Propaganda und Werbung für den Krieg oder minderwertige Pharmaprodukte selber kaufen. Schützen wir unsere Gehirne und damit unsere Gedanken und Einstellungen vor diesem Gift. Deutschland muss entgiftet werden, indem diesen Medien der Stecker gezogen wird, friedlich aber konsequent. Nur mit neuen, unabhängigen Medien, von Bürgern für Bürger, hat dieses Land eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Zum Beispiel endlich eine eigenständige und vor allem friedliche Außenpolitik. Das konnten wir mal. Wir, die Bürger, sollen es in der Hand haben, ob wir unsere Söhne wieder an die Ostfront schicken oder diesen Wahnsinn überspringen und gleich auf Diplomatie und Verhandlungen setzen. Ich bin für friedlichen Dialog. Und es ist nichts anderes als das, was die deutschen Massenmitglieder tun. Sie behaupten, das wäre ein Zeichen der Schwäche, aber es ist ein Zeichen, dass wir aus der deutschen Geschichte gelernt haben. Und Willy Brandt hatte Recht. Mehr Demokratie wagen. Aber an dem solchen Wagen haben Ketten nichts zu suchen. Jedes Kind bekommt bei seiner Schulhochbügelei beigebracht, Gewalt ist keine Lösung. Außer für die Rüstungsindustrie. Es geht dieser Branche nur ums Geld und nie um Menschenrechte. Punkt. Damals wie heute wäre Krieg ohne Propaganda der Massenmedien, die damals wie heute von der Rüstungsindustrie bezahlt wurden, nicht möglich gewesen. Tun Sie sich einem Gefallen, verwehren Sie sich diesen Tätern und zwar den Zugang zu Ihrem Gehirn. Schalten Sie nicht ab. Schalten Sie gar nicht erst ein. Massenmedien beschreiben nicht die Realität, sie erschaffen sie. Und sie lügen dabei, dass sich die Balken biegen. Wer den Wandel in Deutschland einleuchten möchte, muss bei seinem Medienkonsum anfangen. Kommen wir endlich wieder eins zu eins miteinander ins Gespräch. Ohne Vermittler. Auf kommunaler Ebene. In der Nachbarschaft. Im Verein. Auf Demonstrationen. Das können wir. Massenmedien hätten hier die Funktion des Brückenbauens übernehmen können. Stattdessen haben sie die Brücke zwischen den Menschen gesprengt. Diese Form der mutwilligen Zerstörung, um eine Gesellschaft bewusst zu spalten, ist ein Verbrechen. Sagen wir diesen Tätern endgültig Adieu. Wir brauchen dringend mehr sozialen Frieden in diesem Land. Nehmen wir diese Aufgabe als Bürger selbst. Medien und Politik haben in diesem Land das Grundgesetz und die Verfassung verraten. Wir müssen anfangen, uns als Bürger viel mehr einzumischen und die Demokratie weniger zu delegieren, als sie täglich selbst zu organisieren. Und das ist ein Prozess. Wir können diesen Prozess schaffen, wenn wir unser Ich mehr in den Hintergrund stellen, um Platz zu schaffen für ein gemeinsames Wir. Werden wir aktiv. Setzen wir uns in Bewegung. Widersprechen wir einem Staat und seinen hörigen Medien, die sich erdreißen uns, den Bürgern, den Souverän in den Staub zu treten, nur weil wir das Recht auf eine eigene Meinung zu jedem Thema einfordern. Eine Regierung, die die Interessen des Volkes verrät, ist niemals akzeptabel. Und die Bürger der DDR haben 1989 schon einmal bewiesen, wie es geht, eine unfähige Regierung unblutig loszuwerden. Wir schaffen das ein zweites Mal. Nur diesmal muss eine echte Demokratie und kein Fake her, wie wir ihn aktuell erleben. Das ist keine Demokratie, das ist betreutes Denken. Nur sind die, die uns da zum Narren halten, vollkommen zu dumm. Oder anders gesagt, wir die Bürger sind trotz der permanenten Propaganda noch immer nicht alle komplett verblödet, sodass uns dieses lächerliche Postenspiel längst aufgefallen ist. Danke an dieser Stelle an die Ostdeutschen! Ja! Danke an Ostdeutschland! Ich sage nicht nur Ami, go home! Ich sage auch Ami, nimm diese Regierung gleich mit! Gebt ihr in Übersee einen Job bei McDonalds! Mögen Baerbock und Co. in Zukunft Burger statt Burger verkaufen! Frau Baerbock wird den Unterschied nicht bemerken. Wir, die Menschen in diesem Land, kennen sehr wohl. Es wird Zeit, dass wir unsere McDonalds-Parteilensysteme überwinden und stattdessen Fett und Zucker endlich gesunde geistige Nahrung zu uns nehmen. Und das geht nur, wenn wir endlich den politischen Warenzugang kontrollieren, das Personal selber stellen, das für Zeit für uns entscheidet. Und einer Ricarda Lange, möchte ich zurufen, wenn Sie sich ständig um das Klima Sorgen machen und zu viel heiße Luft, dann sollten Sie bei sich anfangen. Produzieren Sie selber weniger heiße Luft, indem Sie einfach weniger Talkshows besuchen. Es ist zudem unfreiwillig komisch, wenn Sie ständig von der großen Dürrefasen, die uns alle umbringen wird, während Sie selber ziemlich dick im Geschäft bleiben, indem Sie Alarmismus predigen. Sie, Frau Lange, sind ein Zeichen der Zeit, eine gescheiterte Existenz, die im Bundestag Ihre Unbildung zur Schau trägt auf Kosten der Steuerzahler. Freunde, aktuell müssen wir uns als Bürger aus dem Ramsch-Angebot des repräsentativen Demokratie-Containers bedienen. Unsere Parteiprogramme haben keinerlei verpflichtenden Charakter und das muss sofort beendet werden. Denn das, was wir erleben, ist nichts anderes als chronischer Wahlbetrug. Dieses Land, Deutschland, hat überall fähigere Leute als jene, die uns aktuell regieren und unsere Thinktanks und Presse manipulieren. Und es wird Zeit, dass wir als Bürger endlich selbst in die Spur kommen. Und zwar auf allen Ebenen. Das letzte Wort sollte immer der Souverän haben. Hat er es nicht und muss stattdessen immer nur mit einer behauptenden Alternativlosigkeit leben, ist er kein Souverän, sondern ein politischer Analphabet. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Bildung ist der Schlüssel. Und die konzernunabhängigen Medien sind die Boote, in die wir umsteigen müssen, um diese Titanic-Demokratie Leben zu verlassen. Lassen wir diese Boote gemeinsam zu Wasser und überlassen wir diese Regierung ihrem Champagner. Das fehlende Eis erwartet diese Truppe dann in offener See. Prost! Applaus Applaus Europä꾼 Amts exekTR